Wir sind fair. Wir sagen, wir haben England 4 zu 2 geschlagen. Wir sind nur doppelt so gut wie die, nicht viermal so gut wie die. Und es wäre toll, wie die Engländer beim Elfmeterschießen gewonnen hätten. Das haben sie lange geübt, aber das hätte eben eine Überraschung werden müssen. Wenn man es vorher verrät, kommt es nicht zum Elfmeter. Die französische Nationalmannschaft wurde zu Hause mit Schimpf und Schande empfangen. Und ich wurde gefragt, ob ich zu denen was sage. Zu denen? Nein. Morgen geht's weiter.